Hund macht Jagd auf Wanzen. Kobe kann die kleinste Bettwanze riechen und aufspüren, egal wo die fiesen Blutsauger auftauchen. In Bussen, Zügen oder in Hotels. Bettwanzen sind zwar nicht gefährlich und in der Regel übertragen sie auch keine Krankheiten, aber ihre Bisse sind echt fies und jucken unangenehm. Deswegen sind Hunde wie Kobe bei den Briten total gefragt. Haben sich die Bettwanzen aber schon unkontrolliert vermehrt, hilft meistens nur noch Hitze, die Fenikeule oder dieser...